Woran liegt das, dass wirklich der Fokus so darauf gelegt wird, dass vor allem die Frau, aber auch teilweise der Mann alles dafür tun, damit dieser Tag Unvergessliches all ihre Kosten ausgeben, all ihre Ersparnisse, all ihre Visionen, die sie im Leben haben, teilweise auf diesen Tag fixiert sind? Was ist deine Meinung dazu, Bruder? Bruder, also ich habe viele aus meinem Familienkreis, Bekanntenkreis, Freundeskreis, habe ich viele erlebt, die haben sich an diesem Abend heruntergewirtschaftet. Also Kredite aufgenommen, teilweise ihr ganzes Erspartes, was du eben gesagt hast, wirklich auf den Kopf gehauen haben für einen Abend, für eine Nacht. Wenn du Kredite sagst, dann meinst du sicherlich Zinskredite. Ja, leider, leider. Auch welche, die wirklich sich sehr viele Schulden, sehr viele Schulden genommen haben von verschiedenen Leuten. Also wir reden hier manchmal von Hochzeiten. Wir haben teilweise 50.000 bis 100.000 Euro gekostet. So was habe ich selber mitbekommen, ne? 100.000 für einen Abend. Wie sieht so viel Geld überhaupt aus? Bruder, ich bin ein armer Schlucker, Bruder. Ich kann es dir nicht sagen. So viel Geld habe ich nicht gesehen. Ja, nee. Also, warum? Deine Frage war ja, warum tun die Leute das? Bruder, ich bin nicht in Ihrem Kopf drin. Ich kann es dir nicht mit Gewissheit sagen, warum der Einzelne jetzt, aus welcher Motivation heraus er das tut. Aber was ich sagen kann, ist, dass es sehr viel kulturellen Background gibt, der diese Sache fördert. Es sind ja meistens unsere Kreise, unsere muslimischen Kreise. Ja, ja, auf jeden Fall, Bruder. Über die reden wir ja. Definitiv. Ich kann es dir, ich sage mal so, aus dem afghanischen Kulturkreis, kann ich dir mal berichten, was ich so gehört und gesehen habe. Da geht es darum, Bruder, wirklich, dass man also sehen und gesehen werden. Ja. Leute waren auf anderen Hochzeiten und versuchen sich in dieser Sache einfach zu überbieten, Bruder. Die Hochzeit meiner Tochter, die Hochzeit meines Sohnes soll die heftigste Hochzeit sein, die die ganze Stadt je gesehen hat. Ja, nichts ist mir da zu schade für. Also ich habe von einer Hochzeit gehört, Bruder. Die haben da ein, die haben Braut und Beutigam mit einem Helikopter eingeflogen. Super. Eine Woche später ist diese Ehe gescheitert. Oh. Also 100.000 Euro für Nüsse. Das ist eine wahre Geschichte. Du redest jetzt nicht von einem James-Bond-Film? Bruder, das ist eine wahre Geschichte. Ah, no, no, heftig. Habe ich genau so mitbekommen. Ja, was soll ich dir sagen, Bruder? Das ist Katastrophe. Also es soll nicht so sein. Das ist nicht der Sinn hinter einer Feier. Das ist nicht der Sinn, wenn man sagt, ich möchte heiraten, dass ich dann am nächsten Tag mit einem Schuldenberg dann in mein Leben starte. Und wie gesagt, der hauptsächliche Grund, warum ich das jetzt gehört habe, ist, dass Leute, wirklich, dass es denen darum geht, dass sie gesehen werden von den Leuten und man dann sagt, was für eine heftige Hochzeit war das. Einfach nur aus diesem Grund. Für die Menschen. Quasi ohne den ganzen Gästen wäre so eine Hochzeit oder so ein Aufwand gar nicht betrieben worden. Also es geht hier gar nicht darum, dass man dadurch irgendwie die Ehe fördern möchte oder ähnliches. Bruder, also Spanner, teilweise die Ehe ist so ein Nebenprodukt. Das ist so nebenbei. Also, ja, ich habe so eine heftige Feier gehabt. Ach, übrigens habe ich auch geheiratet. Das ist eher so zu verstehen. Sie sind aus einer anderen Welt. Ihre Haare sind extravagant. Glitzer und hier beschreibt eigentlich genau das, was du auch gesagt hast. Alles wird dafür gegeben, sie kommt wie ein Star, er kommt wie ein Star. Die stehen im Mittelpunkt. Das ist ja gar nicht so verwirklich, dass sie im Mittelpunkt steht, weil deswegen versammelt man sich ja wegen der Ehe, weil sie geheiratet haben oder weil sie heiraten, wie auch immer. Aber im Endeffekt, diese Feier, diese Hochzeit, man muss hier auch bedenken, wenn wir auch darüber reden, da sind das leider in der Regel Hochzeiten, die keine Trennung zwischen Mann und Frau haben. Also, mit anderen Worten, es ist eine Halaldisco. So Halal ist die Disco doch nicht damit. Ja, in Anführungsstrichen. So benennen sie das. So benennen sie das. Weil, wenn die Kinder oder die oder Familienmitglieder zur Disco gehen, dann ist das eine verabschiedliche Tat, was ja auch gut ist. Aber wenn man zu einer gemischten Hochzeit geht, dann wird das für sie in ihrem Unterbewusstsein als Halal deklariert, auch wenn es nicht Halal ist. Ja. Weil im Endeffekt ist es doch dasselbe. Du ziehst dich ja nicht richtig an. Ich drücke es nochmal vorsichtig aus. Die Männer und Frauen schauen sich gegenseitig an. Frauen tanzen vor anderen Männern. Männer tanzen vor anderen Frauen. Im Endeffekt ist es doch nichts, ist doch kein großer Unterschied. Weil, wenn du sagen möchtest, ja, bei Disco gibt es diese Getränke, das gibt es bei solchen Hochzeiten auch. Alkohol ist da gang und gäbe. Ja. Ja. Ja, Bruder. Wo ist hier wirklich der Unterschied? Außer, dass das eine als Disco und das andere als Hochzeit deklariert wird. Also, liebe Geschwister, nicht falsch verstehen. Wenn ihr selber so eine Hochzeit hattet, und ihr jetzt aber Taube gemacht habt, also bereut, dass ihr so eine Hochzeit hattet, möge Allah euch vergeben. Also, nehmt das nicht so auf, dass wir jetzt hier einfach so Bashing betreiben und Leute einfach jetzt fertig machen wollen. Uns ist wichtig, wirklich darzustellen, auch, ähm, wie schlimm, wie verwerflich dieser Abend ist. Ich stelle, lass, lass mal eine Dings, lass mal ein Szenario aufstellen. Ich frage dich mal, Bruder. Was, wie würdest du reagieren, wenn eins deiner Kinder, wenn du sie erwischt, dass sie in einem Club waren, in einer Disco waren, vielleicht sogar Alkohol getrunken haben, dort sich amüsiert haben. Wie würdest du, wie würdest du als, als Vater reagieren? Du wärst enttäuscht, richtig? Also enttäuscht ist noch so harmlos ausgedrückt. Ich wär enttäuscht, ich wär traurig. Wütend. Ja, vielleicht auch wütend. Sie würden Konsequenzen davon tragen. Aber interessanterweise, diese Eltern nehmen ihre Kinder mit auf gemischten Hochzeiten, wo das, was du eben beschrieben hast, wo das abläuft, Halal-Disco in Anführungszeichen, und da ist es vollkommen selbstverständlich, da nehmen sie die Kinder, da zwingen sie die Kinder, äh, mit ihnen, diese Hochzeit zu besuchen. Die beste Kleidung zu tragen. Obwohl es dasselbe ist. Ja. Ja, da tanzen auch halbnackte Menschen auf der Tanzfläche, eng an eng, äh, beieinander, tanzen sie dort zusammen. Ja, hören, egal, aus was für einem Kulturkreis die Musik kommt, so poppige Musik, Feiermusik, ja, und, und auch, und auch leider, leider auf vielen Hochzeiten ist auch Alkohol nicht unbedingt wegzudenken. Auf vielen Hochzeiten wird auch leider ordentlich gebechert. auch wenn es offiziell vielleicht kein Alkohol gibt, wir wissen aber leider beide. Ja, unterm Tisch, ne? Richtig. Oder hinten im Kofferraum. Aber jeder weiß, dass Alkohol im Spiel war. Ja, das ist das Problem. Ne, und, ähm, warum reagiert man da nicht so? Warum ist das dann okay? Also sehr paradox, ne? Sehr, sehr paradox. Man muss natürlich sagen, ähm, ob das jetzt die Antwort ist, ist eine andere Sache, dass der Begriff Hochzeit und Disco natürlich anders zu wiegen ist. Mhm. Natürlich eine Hochzeit ist was ganz anderes als eine Disco, aber im Endeffekt gilt hier nicht die Überschrift, sondern das, was dort vor Ort praktiziert wird. Mhm. Eine Hochzeit kann, so wie wir das gerade beschrieben haben, wie im Unheil betrieben werden, aber eine Hochzeit kann auch ganz anders betrieben werden. Absolut, ja. Wo drauf geachtet wird, dass Männer und Frauen getrennt sind, wo sie aber auch untereinander feiern können, sich freuen können, sie speisen können und so weiter und so fort, die Bräutigam und die Braut beschenken können und so weiter und so fort. Aber hier geht es vielleicht darum auch, weil man sich auch vielleicht präsentieren möchte, wie du das vorhin schon beim ersten Stopp gesagt hast, dass es hier darum geht, okay, heute werden zwar Braut und Bräutigam gezeigt, als primäre Funktion, aber auch wir, die da sind, müssen uns auf irgendeine Art und Weise präsentieren, dass wir einen guten Eindruck hinterlassen. Also aus ihrer Perspektive einen guten Eindruck hinterlassen. Ja. Das sind meine Kinder, das ist doch meine Tochter, die so schön da aussieht, das ist mein Sohn, der so und so gut tanzt und wie auch immer und so weiter. Ja. Ja, was soll ich dir sagen, Bruder? Das ist leider so, ich will diesen Text gar nicht verschönigen. Nee, es ist leider nicht zu verschönigen. Die, die das unterstützen und die das möchten, dass sie ihre Frau auf den Präsentierteller packen, ob jetzt in der Hochzeitsnacht oder sonst, was auch immer, offene Kleidung tragen, man ihren Schmuck sehen kann, also was heißt Mann? Nicht der Ehemann, sondern die Leute. Da sind wildfremde Männer, Jungs, die seine Frau bestaunen in dieser Hochzeitsnacht. Es gibt einen Begriff für diese Männer im Islam. Und zwar Dayyouth. Ja, also Männer, die keine Eifersucht, keine Ehre empfinden, wenn weibliche Familienmitglieder nach außen hin sich präsentieren mit ihrem Schmuck, ja, also mit ihren Reizen. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagt zu diesen Leuten, dass das Paradies für diese Leute verboten ist in einem Hadith. Sinngemäß. Also, wo ist eure Ehre, wenn man zulässt, dass seine Frau bestaunt werden kann? dass das, was eigentlich für den Ehemann bestimmt ist, ihre Reize, ihr Schmuck, was für den Ehemann bestimmt ist, ins Schlafzimmer gehört, in die privaten Gemächer gehört, dass das nach außen hin präsentiert wird für die ganze Welt quasi, für irgendwelche wildfremden Männer. Nur, wie gesagt, kommen wir zu dem Anfang wieder, nur damit am Ende gesagt wird von den Leuten, oh, was für eine tolle Hochzeit, was für eine hübsche Frau er geheiratet hat. Allein das, Bruder, möchte jemand, möchte wirklich ein praktizierender Bruder, möchte ein Muslim generell, dass jemand kommt und ihm sagt, oh, du hast eine sehr hübsche Frau? Bruder, jeder normale Muslim wird durch seinen Klinker bekommen. in anderen Tagessituationen verhalten sie sich auch so. Oh, meine Frau muss da bedeckt sein. Oh, ich stelle mich vor, die Frau hin. Warum nicht, warum nicht an diesem Tag? Ja. Warum nicht an diesem Tag, Bruder? Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage, Bruder. Das ist auch wieder so etwas Paradoxes zu Paradoxa, ja? In anderen Worten, hier sagst du das eigentlich in dem Video. Du hast ja das Video gesprochen, für die, die es noch nicht erkannt haben. Was ist denn der Sinn einer Ehe? Also warum, warum begeht man eine Ehe? Warum geht man eine Ehe ein? Natürlich, klar gibt es Überlieferungen, dass man dann die halbe Religion bekommen hat und so weiter und so fort. Aber auch aus praxischer Perspektive. Was passiert denn? Oder welche Vorkehrung triffst du mit einer Ehe ein? Man ist natürlich nie 100% geschützt, aber das ist zum Beispiel eine Vorkehrung, sich vor Sinat zu schützen. Ja, definitiv. Denn du hast eine Ehefrau. Ja. Das ist das eine. Aber hier im Umkehrschluss wird genau das Gegenteil produziert. Diese Frau, die du eigentlich heiratest oder die du geheiratet hast, wo du jetzt diese Hochzeit feierst, vor, ja, du hast gerade gesagt, 50.000 bis 100.000 Euro gehen flöten. Sie gehen auch flöten nicht für 50 Gästen, sondern vielleicht von 500.000 bis 1.000 Gästen oder sogar teilweise noch mehr. Also das sehen ja nicht zwei, drei Leute, es sehen ja 1.000 Leute vielleicht, wo du genau eigentlich das ankurbelst. Ja. Weil wie fängt denn Sinat an? Sinat fängt ja nicht direkt beim Akt an. Ja. Genau das passiert doch. Das ist so, als wenn du einen Kiosk betreibst oder sonstiges, das ist jetzt mal ein Beispiel von mir, und Alkohol verkaufst und sagst, Alhamdulillah, ich habe, ich habe meinen RISK, meinen RISK gearbeitet. Ja. So ein Paradox ist das. Nicht nur die Nikah, sondern auch die Feierlichkeiten selbst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Ehen segnen und uns das richtige Verständnis über die Feier einer Hochzeit geben. Allahumma amin. Amin. Kannst du amin zu deiner eigenen Dua sagen? Amin. Aber die trifft es zu. Ja, was kann man abschließend dazu sagen? Also das Video ist natürlich auch irgendwo auch selbsterklärend, aber wir sollten von diesen Gedanken wegkommen, dass dieser Tag, der kann was Besonderes sein. Wir wollen das ja gar nicht schlecht reden. Man soll auch seine Ehe verkünden, wie auch im Video beschrieben ist. Die Leute sollen davon Kunt bekommen. Aber man soll von diesen Gedanken kommen, dass wir alles präsentieren, dass wir durch Haram Hauptsache diesen Tag so gestalten, dass alle um uns herum diesen Tag nie vergessen werden und über uns positiv reden werden. Oh, Person XY hat so eine Hochzeit gemacht. Oh, Person so und so hat so eine Hochzeit gemacht. Oh, Person so und so hatte so eine Kleidung an. Dessen Frau war so gekleidet. Wir müssen von diesen Gedanken wegkommen. Weil abgesehen davon, dass viel, was wir gerade schon im Video erwähnt haben, das möchte ich gar nicht wiederholen, viel Haram betrieben wird, dass der Schaitan dadurch nochmal Einfluss bekommt. Diese Perspektive dürfen wir nicht vergessen. Denn durch jede Haram-Tat, die wir machen, umso einfacher wird es auch für den Schaitan, uns langfristig nochmal zu beeinflussen. Das ist das eine. Das andere ist, wir schreiben auf unser Konto, sehr viele schlechte Taten, sehr viele Haram-Taten. Du hast das gesagt, Beispiele. Man finanziert sich durch Kredite, die zinsbehaftet sind. Man, seine ganzen, seine ganzen Ersparnisse und viel, viel mehr. Man nimmt die auch von Familien und Bekannten, die auch Schulden, weil wer hat, ganz ehrlich, wer hat 50.000 oder 100.000 Mal eben Bekannte, nur die allerwenigsten. Natürlich. Viele nehmen Schulden von denen, können sie über Jahre nicht begleichen, obwohl sie ein Versprechen gegeben haben, ja, ein Jahr kriegst du es wieder. Fünf Jahre sind vergangen, er hat immer noch nicht seine Schulden abbekommen. Solche Beispiele gibt es genug. Wir müssen von diesen Gedanken wegkommen. Für uns muss wichtig sein und auch für die Gäste, die zu dieser Hochzeit kommen. Wir müssen das feiern, dass zwei Personen zueinander gefunden haben, dass Allah sie zueinander gebracht hat. Diese Personen müssen das feiern, diese Personen müssen sie beglückwünschen. Es muss eine Freude entstehen und nicht eine Präsentiershow. Bruder, Jazakallah khairan, also du hast eigentlich einen schönen Abschlusskommentar gebracht. Ich kann dazu eigentlich nicht mehr viel sagen, als Ergänzung oder nochmals Bestärkung deines Kommentars, Bruder. Dieser Abend ist kein Selbstzweck für sich. Richtig. Es ist einfach nur Mittel zum Zweck. Es ist wirklich nicht mehr als das, was der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, in dem Hadith uns sagt. Und zwar, macht es unter den Menschen bekannt, dass sie heiratet. Damit sie sich mitfreunden, damit sie Dua machen. Also starte in deinem Leben mit deiner Ehefrau, mit deinem Ehemann, mit dem Dua von vielen Muslimen drumherum. Ja? Aber es ist nicht mehr als das. Es ist kein Geprahle. Es dient nicht dazu, zu zeigen, guck mal, ja, der Bruder ist mit einem Mercedes angefahren. Ich habe einen Maybach gemietet. Ich bin mit einem Maybach angefahren, so, zu meiner Hochzeit. Ja? Oder mit was für einem heftigen Auto sonst noch. Oder mit einem Hubschrauber. Ja, was du gerade gesagt hast. Beispiel von vorhin, ne? So, Hubschrauber ist auch verrückt. Hört man, glaube ich, nicht alle Tage, ne? Es geht nicht darum, es geht nicht darum, drum Geprahle zu betreiben an dem Abend und den Leuten irgendwie so eine Show da zu bieten. Es geht wirklich nur darum, dass man sagt, Alhamdulillah, ich habe, um Allah und Ta'ala das Wohlgefallen zu erlangen, habe ich eine Frau geehelicht, mit der ich jetzt, inshallah, mein Leben verbringen möchte, im Rahmen des Islam, Kinder zur Welt bringen möchte, ja, die zu guten Muslimen erziehen möchte, mit meiner Frau an der Seite, ja, die inshallah eine gute Mutter wird und den Kindern gute islamische Werte mitgibt, schöne islamische Werte mitgibt, das ist der Sinn einer Ehe, ja, am Ende des Tages. Allah und Ta'ala das Wohlgefallen zu erlangen und es geht nicht, wie gesagt, darum, den Leuten irgendwie eine Show da zu bieten, ja, also, ähm, vieles, was gemacht wird, ist falsch halt. Viele feiern und Hochzeiten, die es gibt, momentan, heutzutage. Alhamdulillah, so durch Corona kann man sagen, hat doch positive Seiten. Ja, Corona hat hier auf jeden Fall mal positive Seiten, äh, diese Feiern sind nicht möglich, aber bringt ja auch nichts, weil viele haben es noch im Herzen. Könnten sie es, würden sie es machen, ja, also davon müssen die Muslime wegkommen.